Ich möchte Ihnen heute den Trick zeigen, mit dem ich es schaffe, hexadezimale Bitmuster ganz einfach zu entschlüsseln. Ich behaupte mal ganz frech, zum freien Interpretieren von Hexadezimalzahlen müssen Sie genau zwei davon auswendig lernen. Ich stelle meinen Studenten immer die Frage 0x1d4c. Können Sie verstehen, was damit gemeint ist? Dann tut sich oft eine Weile lang gar nichts, aber dann hat irgendeine schlaue Studentin Mitleid mit mir und zieht ihren Taschenrechner raus. Sie kennen hoffentlich den Programmierermodus von Windows Taschenrechner, der ist hervorragend. Und dann sagt sie 7500 und da hat sie recht. Zunächst einmal die Frage, warum verwenden wir überhaupt hexadezimale Zahlen? Und die simple Antwort, hex, wird dann verwendet, wenn gezielt ein Bitmuster dargestellt werden soll. Hexcode ist nicht für die Darstellung von Zahlenwerten geeignet. Ein Beispiel für ein Bitmuster wäre alle Bits 0, aber Bit Nummer 3 eine 1. Wenn ich mir die Temperatur am Nordpol ausrechne oder die Geschwindigkeit eines Fallschirmspringers im freien Fall bestimmen möchte, dann werde ich meine Parameter natürlich in Dezimal angeben. Niemals werde ich zum Bäcker gehen und Hex 0b Brezeln verlangen. Wozu dann Hex? Im Datenblatt steht zum Beispiel, zur Auswahl der Betriebsart soll in Bit 4 bis 6 eines 8-Bit-langen Registers eine Bitkombination entsprechend einer Tabelle eingetragen werden. Dann macht hexadezimal Sinn. Verwenden Sie Hex, wenn es Sinn macht, aber bitte nur dann. Hier habe ich das Bitmuster von diesem 1D4C aus dem Taschenrechner übernommen und einfach mal hier hingeschrieben. Ist das jetzt übersichtlich? Nicht wirklich. Aber wenn wir anfangen zu gruppieren, dann wird das Ganze schon besser. So wie es auch hier im Taschenrechner passiert ist, da stehen die Bits ja auch nicht einfach eine neben der anderen, sondern immer schön in Vierergruppen. Und diese Vierergruppen sind bekannt, die nennen sich Nibbles. Das ist eine Ziffer im hexadezimalen System. Das ist immer ein Nibbel. Die 1 ist ein Nibbel, das D ist ein Nibbel. Und wie ich diese Nibbles übersetze in Binärcode, diesen Trick werde ich Ihnen heute zeigen. Beispiele für hexadezimale Schreibweise habe ich noch hier aufgeführt. Die 2, 7 schreibt man oft mit einer nachgestellten 16, einem nachgestellten hex oder kleines h, großes h, tiefgestelltes h. Damit ist klar, dass da keine 27 gemeint ist, sondern hex 2, 7 eben. Das ist ein großer Unterschied. Und für uns ganz wichtig, die Schreibweise für C und verwandte Sprachen 0x, 2, 7 soll hex darstellen. Nachdem wir im hexadezimalen System 16 verschiedene Ziffern brauchen, das Dezimalsystem aber nur 10 Ziffern hergibt, hat man sich überlegt, dass man die Buchstaben A bis F für die fehlenden 6 Ziffern verwendet. Und dann ist der Ziffernumfang einfach von 0, 1, 2, 3 und dann weiter A, B, C, D, E, F. Jetzt aber zu meinem versprochenen Trick. Schauen wir uns einmal die 16 möglichen binären Kombinationen für einen Nibbel an. Das geht hier los bei 0, 0, 0, 0, zieht sich runter und die größte Möglichkeit ist die 1, 1, 1, 1, das wäre das F. Das sieht erstmal sehr komplex aus, aber man muss sich wirklich nicht alles merken. Was man sich zum Beispiel nicht merken muss, das ist diese 0 hier oben. Ist klar, 0 haben Sie in Binär, in Oktal, in Hexadezimal ist immer eine 0, deswegen merken wir uns die nicht. Die wissen wir einfach. Was wir noch einfach wissen, ist die 1. Die 1 ist auch in jedem Zahlensystem das Gleiche, das ist die 1, da ist nicht viel rum und num. Das Schöne ist jetzt aber, dass auch die anderen Kombinationen, die hier nur eine 1 enthalten, wir uns nicht wirklich merken müssen. Das sind die geraden Kombinationen, das ist so wie im Dezimalen 10, 100, 1000, das ist simpel. Und im Binären wären das eben die Zweierpotenzen. Also 2, 4, 8, das ist ja hier diese 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Das sind simple Verdopplungen und die kennt der Informatiker aus dem FF. Das können Sie runterzählen, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 und so weiter. 0, 0, 0, 1 ist die 1, 1, 0 ist die 2, 1, 0, 0 die 4, 1, 0, 0 die 8. Das merken wir uns nicht, das wissen wir eh. Und an diesem Grundgerüst können wir uns jetzt weiter handeln. Fangen wir einmal oben an, die letzte Ziffer, die größte, das ist das F, also 1, 1, 1, 1, ist auch klar. Aber jetzt kommt mein erster Trick, die 7. Wir kennen ja die 8. Das ist die erste Kombination, die nicht mehr in 3-Bit passt. Wir haben hier eine 1 im 4. Bit und die anderen 3 sind noch 0, also 1, 0, 0, 0. Die nächst kleinere Ziffer, die 7, die hat noch in 3-Bit gepasst. Daher 0, 1, 1, 1 ist die 7. Das gleiche haben wir ja auch bei der F da unten. Die nächst größere wäre 1, 0, 0, 0, 0, also Hexadezimal 1, 0, die 16. Und 1 kleiner ist eben alles voll mit 1 hier in 4-Bit. Das gleiche hier, 1 kleiner als die 4-stellige 8 ist die 3-stellige 7. Damit haben wir wieder 2-Nippels aufgelöst. Und jetzt zeige ich Ihnen meinen zweiten Trick. Der geht so. 1 addieren ist im Binären ganz einfach, solange es keinen Übertrag gibt. Immer wenn also das kleinste Bit eine 0 ist, kann ich locker im Kopf 1 addieren, indem ich das kleinste Bit auf 1 setze. Aus 0, 0, 0, 0 wird 0, 0, 1. Aus 2 wird 3. Aus 4, 1, 0, 0, 0, wird 1, 0, 0, 1, die 5. Und aus 8 wird durch Addieren einer 1 die 9. Geschenkt. Haben wir doch schon einige. Eigentlich bleibt doch nur noch der böse Bereich hier, zwischen A und E. Und jetzt ziehe ich meinen Trumpf aus dem Ärmel. Ich hatte doch bereits angekündigt, zwei Kombinationen müssen Sie leider loswendig lernen. Lernen Sie das A und das C. Das A kann ich mir gut merken. Das ist die 1, 0, 1, 0. Immer schön abwechselnd. Wir fangen mit der 1 an. Oder man kann sich merken, Dezimal ist A ja die 10, die erste nach der 9. Also schreibe ich hier 10, 10 als A. Das Bitmuster für C ist die 1, 1, 0, 0. Da weiß ich leider keine Eselsbrücke. Wäre schön, wenn Ihnen irgendeine einfällt. Dann schreiben Sie mir bitte einen Kommentar. Wäre für alle Zuschauer vielleicht eine große Hilfe. Mit A und C wissen wir über meinen Trick mit dem Addieren, Sie kennen ihn ja bereits, auch B und D. Einfach 1 drauf. Hier haben wir eine 0, da gibt es keinen Übertrag. Kann man wunderbar machen. Damit wissen Sie, dass die B die 1, 0, 1, 1 ist. Die A haben Sie auswendig gelernt. Und das C haben Sie auch auswendig gelernt. Also ist D 1, 1, 0, 1. Zählen wir doch mal nach. Was fehlt noch? Die 6 und die E. Die beiden müssen wir durch Subtrahieren entschlüsseln, zugegeben. Das ist eine kleine Schwachstelle in meinem System. F ist klar, 1, 1, 1, 1. Und E ist eben 1 weniger, 1, 1, 1, 0. Auch hier haben wir keinen Übertrag, weil wir ja von einer 1 rückwärts auf die 0 rechnen. Die 6 müssen wir von den 7 ableiten. 0, 1, 1, 1, 1 für die 7, 1 weniger, 0, 1, 1, 0. Und fertig. Wenn Ihnen das nächste Mal eine Hexadezimalzahl begegnet, erschrecken Sie nicht. Denken Sie an meinen perfiden Trick. Sie haben A und C auswendig gelernt und lachen Sie leise in sich hinein. Sie können sofort damit anfangen. Hier nochmal zur Erinnerung. A ist 10, 10. C ist 1, 1, 0, 0. Und jetzt kommen ein paar Übungsbeispiele. Ich werde Ihnen diese Ziffern immer präsentieren, gebe Ihnen ein bisschen Zeit zum Überlegen. Und Sie können sagen, 0, 1, 0, 0, 0, 100 binär, das ist was ganz Gerades, also 1, 2, 4 wäre das in diesem Fall. Die nächste, 3. Was machen Sie? 3 können Sie von der 2 ableiten oder von der 4 ableiten. Die 2 wäre die 0, 0, 1, 0 plus 1, 0, 1, 1. F. Komplett simpel. F ist die größtmögliche. Das sind alles Einser. 1, 0, 1, 0. Haben Sie doch auswendig gelernt. Das war die A. Schauen Sie oben. Die 5. Da nehmen wir die 4. Addieren 1 drauf. Also 0, 1, 0, 1. Die 1. Pipifax. Die 1 ist natürlich klar. 0, 0, 0, 0, 1. Machen wir weiter. 0, 1, 1, 1. Das ist ein bisschen schwieriger. Da können wir von der 8, also 1, 0, 0, 0, nach unten gehen. Das ist die größte Kombination, die noch in 3-Bit passt. Also die 7. Wie kommen Sie auf das E? Wir nehmen das F, ziehen 1 ab. Dann haben wir 1, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1, 0. Ist eigentlich die schwierigste von allen. Da müssen wir die 7 nehmen und noch mal 1 abziehen. Also von den 0, 1, 1, 1 auf die 0, 1, 1, 0. Eine 6. 1, 0, 1, 1, 1. Denken Sie daran, was Sie auswendig gelernt haben. Das A. 1, 0, 1, 0. Dann muss das das B sein. 1 mehr. Die 0, 0, 1, 1. Hatten wir schon mal. Sie können entweder von der 4 1 abziehen oder auf die 2 1 aufaddieren. Das ist die 3. Und zum Schluss noch das D. Leiten Sie von dem C ab. Und dann haben Sie 1, 1, 0, 1. Damit sollten Sie zumindest das Bitmuster von unserer Hexadezimalin 7500 jetzt sofort hinschreiben können. Und dann sind wir heute mit dem C-Rae-T-Hack. Und dann können Sie dann spüren den C-Rae-T-Hack. Und dann können Sie das tiếp mal auf jeden Fall wiederbekommen. Und dann werden Sie mit dem C-Rae-T-Hack. Untertitelung. BR 2018